Heyo Leute! Willkommen zurück zu Madlabs! Mit mir, Wirti und Domi, den ihr schon gehört habt. Im letzten Part wollt man durch die Tür gehen und dann habe ich gesagt nein und jetzt sagen wir ja. Habe ich nicht gesagt, du gehst einfach zurück und tust, sonst wäre nie was passiert. Hier war mir nicht, schon mal erinnerst du dich? Nein. Ah doch! Ja, hier geht alles in die Luft. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich mich hier wirklich beeilen muss oder ob das einfach nur, weißt schon. Du meinst, ich bin nicht sicher, ob es eine richtige Fluchtsequenz ist oder ob es, ja ja, wenn du da und da bist, dann tut das so als wäre. Genau das meine ich, weil, wenn ich hier eine Minute verbringe, sterbe ich da? Als Kind bin ich einfach durchgelaufen, weil ich mir dachte, oh Gott, oh Gott, ganz schnell! Aber jetzt denke ich mir so, ich will das Geld echt haben. Hier guck dir das an, so viel Money! Ja, immer schön viel Cash, Cash, Cash und so Mesh. Ne, Cash, Mesh und so Cash. Ihr wisst, was ich meine, Leute. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Hier war unsere Leiche! Wend, ich hab mir Waffen fallen lassen. Ja, leider kein Geld. Ja. So wenig Cash, Mesh. Erschließ ihn! Kann ich, bin in den Cut ziehen. Oh ja, der Boden zieht sich aus. Das Level ist vorbei, hab ich recht. Oh. Wirklich! Spiel! Ah! Na ja, man kann einen Temperature bekommen, wenn man neun Minuten schafft. Äh, ja. Unter 59. Genau. Jetzt geht's weiter mit die Minen verschließen. Was ist was das heißt? In den Millminen. Genau. Oh, ich bin hier. Oh. 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 Oh, ich bin hier. Oh. Oh. Du hast die Spitze aufgerufen. Du hast recht. Oh. 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 Vertrau mir, das funktioniert. Bist du ein Ingenieur? Vertrau mir, das funktioniert. Siehst du? Siehst du? Ah! Da war ein Käfer drin. Und der Chip. Und Licht. Ja, und ich komm da hoch. Nein, du wirst du nicht. Und deswegen hat man Air-Control, damit sowas nicht nervig ist. Okay, dann machen wir es halt so. Ich will die Granaten nicht verschwenden. Oh, wirklich? Also ob. Ich will die Buni nicht verschwenden. Siehst du? Siehst du? Es funktioniert. Ich brauche nur wirklich viele Schüsse. Warte, du hast weh. Ich bleib mal draußen. Nass. Nass. Da. Moment Leute, ich lass mich mal kurz sein. Muss einfach näher rangehen. Oi. Und freitreffen. Vertriebe ist nur eine gute Idee. Warum hat da keiner Muni gedroppt? Hatte keiner dabei. Ja, natürlich. Wirklich, die haben alles verballert, bis auf den letzten Schuss, um dich zu kriegen. Und haben hier so viel Schaden gemacht. Ziehe meine Anzeige. Genau. Ich bin quasi ein Monster. Ich zweifle langsam daran, dass es mit der Waffe funktioniert. Du auch? Aber es ging doch schon mal. Ha. Okay, funktioniert. Ich zweifle langsam daran, dass es mit der Waffe geht. Es dauert nur Scheiß dran. Sie ist doch zweimal drauf. Funktioniert. Ähm, ach, da jetzt weiter, okay. Geh weiter. Schön, dass ich kaum Muni habe für die Schotze. Äh, für die... Nicht Schotze, für... Für... Die andere Waffe. Wie ist sie? Ja, geht aber was du meinst. Tut den Namen vergessen. Uuuh. Leucht die? Geh. Ja. Ein Schutzschild. Geld. So. Jetzt haben wir ein Flugzeug. Oh. Ja, okay. Das macht es einfach. Hä? Das macht es, glaube ich, einfach. Ja, wenn man nicht sowas machen müsste. Aber er ist kaputt. Sehr schön. Oh. Hi. Bye. Hi, bye. Man kann übrigens mit dir... Man hat vorne so eine... Da kann man die nicht schnappen. Weiß nicht warum, aber es geht. Das ist ein regärer Schnapper. Yeah. Das finde ich nicht gut. Warum? Du weißt, dass du alles zu schnappst. Steigst du da bitte aus? Danke. Stirbst du bitte? Danke. Danke. Das ist ein eiskaltiger Mörder. Na, der ist irgendwie nicht beschossen. Oi. Er ist ein eiskaltiger Mörder. Äh. Kannst du mal stehen? Was ist das? Nein. Das ist noch einer. Da. Das ist noch einer. Hätte ich. Hast du das? Ich würde nämlich hier kurz mal... Aussteigen und den Loot holen. Ne, hier ist kein Loot, aber... Leben. Ich hätte gern Loot, aber... Aber hier ist ne... Wie will... Ich hab noch voll, oder? Was? Granaten. Weiß ich nicht, ob ich sie verbrachte. Gab, die waren voll. Das wäre zu einfach, wenn die noch voll wären. Das glaubst du nicht. So schlecht steuert sich das Teil nicht. Das kann wirklich viel schlimmer sein. Da ist noch einer. Wenn da wenigstens irgendwas drin wär. Ja. Ja, stell dir vor, dass die Xbox-Steuerung... Dann wär der Stick nicht da, wo er hingehört. Sondern? Sondern... Sondern bei Plästischen sind noch beide Sticks unten... Und nicht ein Stick oben, ein Stick unten. Äh, bei mir sind alle Sticks... Bei mir ist ja beide Sticks oben gerade. Beide Sticks oben? Ja. Wieder ist nichts drin. Oh. Hier liegt ein Secret-Stein rum. Und wo ist er versteckt? Da. Oh! Vipro-Controller ist beides oben. Sag ich doch. Ja, da mit der Nagelwerfer! Ein S2... Was? Das hab ich nie realisiert, dass da beide Sticks oben sind. Siehste? Ein S2-Nagelwerfer, der modifiziert wurde, um Stahlnägel mit extrem hohem Tempo zu verschießen. Ja, ich sag nur die Waffe. All die Jahre wurde ich getrogen. Wie, das? Hast du einen Vipro-Controller? Nein. Ja, weil du sollst es dann wissen. Ja, du hättest es mir mal sagen können. Du hast mich gefragt. Wo ist ich hin? Darf ich anmerken, dass ich den Switch-Vipro-Controller echt hässlich finde? Das finde ich eigentlich ziemlich schick. Ich hätt gerne einen, aber... Ja. Aber 70 Euro sind jetzt teuer. 60, glaub ich. 60 Euro sind jetzt teuer. Oh Gott, schnell, 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 schnell. Was zur Hölle? Was los? Zweimal Wireless Pro-Controller, Gamepad für Nintendo Switch. 54 Euro. Nur Ladekabel. Wie, nur... Was? Wie? Nur Ladekabel? Ebay ist so eine Drecksplattform. Zweimal Wireless Pro-Controller, Gamepad für Nintendo Switch, Super Smash Bros. Bild, zwei Controller. 54,49 Euro. Bis 2,50 Euro versand. Weiter unten in der Beschreibung. Es sind zwei Ladekabel. Was? Auf dem Bild sind halt zwei Controller mit diesem... Super Smash Bros. Design. Was für ein Arschluck-Mof ist das? Das ist halt richtig assig. Glaubst du, ich schaff's nur rüber mit dem Auto? Klar. Gar kein Problem für dich. Ich find's wirklich schön, wie Klitsch einfach nur draufsteht. Siehst du das? Er steuert es. Er steuert... Mit deinen Gedanken. Mit deinen Gedanken. Wieso fällt der nicht raus? Ich hab echt rüber geschafft. Nein, das bringt mir jetzt nichts, aber... Ich... Ich... Ich pack... Ich pack das mal. Ich... 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 Ich pack das mal. Hier. Ich steig mal lieber aus. Na ja, besser ist es. Deine Granatensiturung ist noch voll. Ja, ich weiß. Hi! Das sind unsere Freunde. Erschließ sie. Nein. Jawohl. Das sind unsere Freunde. Da steh ich sie. Nein, 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 nein. Werf die Granate auf sie. Ich glaub, die kann man nicht töten. Ich weiß sie ja exakt nicht. Und ich werd's nicht rausfinden. Dann hast du ja kein Problem, nur mit einer Granate auf sie draufzuwerfen. Da muss sowas drin sein, der ist so riesig. Oh, hi, Freunde. Das ist der Shop. Yo. Da ist eine Granate drauf. Ähm, Shop. Pack dein Shop aus. Äh. Alles. Äh. Äh. Oh, hey, jetzt. Was war das? Okay, pass auf. Das ist ziemlich cool. Du kannst nämlich hier Munition kaufen. Oder. Oh. Upgrades kaufen. Was gibt's denn? Was gibt's denn? Schrotze. Schrotze. Tobi. Schrotze, Raketenwerfer oder ein Abgriff für uns den Spuck. Oh, der ist zu teuer. Schrotze oder Raketenwerfer. Weiß ich ein bisschen mehr so der Raketenwerfer-Mensch oder mehr so der Schrotzen-Mensch. Es ist beides, es ist beides gut. Dann bin ich für... Nein, danke. Ich kann mir beide kaufen, sehe ich gerade, oder? Nein, kann ich nicht. Aber ganz knapp nicht. Wie viel kostet das Abgriff für Spuck? Ähm. Oh, ein seltener Gegenstand. Bisschen viel. Das Farben ist einfach zwischen den Parts gepudelt. Wir nehmen den Raketenwerfer. Moment. Was hab ich gemacht? Warte, was hab ich gemacht? Nein, danke. Ich hasse die Steuerung. Pack dein Zeug schneller. Danke. Ich erkenne den Raketenwerfer. Okay, was musst du jetzt drücken? Wo ist X? Ist hier X? Unten. Unten. Ja. Kriege ich nicht einen Rabatt. Ich hab was gekauft. Leute. Und du spielst doch an deiner Original-Playstation. Die kannst du dann nicht wissen, wo X ist. Ich hab gesagt, ich würde gehen, aber es geht nicht. Äh, ja, wir schießen hier mal nicht rum mit dem Raketenwerfer. Oh, ich brauch Munition. Oh, shit. Also dann bis später. Tschüss. Ist mir noch jemand Geld. Freunde, ihr müsst nämlich wissen. Virti drückt sich schon seit Ewigkeiten davor, sich eine Capture-Cut zu kaufen. Hast du eine? Äh, was ist denn das bitte für eine Frage? Also nein, siehste? Gehen wir weiter. Weißt du, wie teuer die Dinger sind? Ja, ach. Okay. Aber wenn, hätte ich eine ganze Menge Spaß damit. Das ist wahrscheinlich wahr. Oh ja, wir sollten mal. Raketenwerfer. Trotz einiger Einschränkungen ist der Standard-Raketenwerfer ideal zum Zerstören kleiner mit Milfgruppen. Ja. Kleiner Milfgruppen? Oh ja. Wir werden einfach... Oh, Tommy, er ahnt von nichts. Er ahnt von nichts. Soll ich? Klar. Mach noch ein bisschen mehr Lärm, damit ich die Spitzel höre. Finde ich gut. Mich hat niemand gehört, oder? Oder? Ja, hier. Ich hätte dich jemanden tönen sollen. Ja, mich hätte niemand gehört. Was? Ey! Ich kann nicht weiter nach unten ziehen, Spiel! Sag mal nach. Das war Iron Man. Was? Rot-Gold. Der war Rot-Gold. Das war Iron Man. Genau gesehen. Könnt ihr hochkommen zu mir? Von unten rauf schließen? Oh, hey, danke. Kommt ihr auch noch um die Ecke? Dann bring ich ihn noch um die Ecke. Okay. Ich geh wieder hoch, okay? Klar. Hey, du! Komm mal her zu mir! Ich muss wirklich mit dir reden. Gott, die Muni ist so unglaublich schnell weg mit den Waffen. Ist es bei einer MG immer so? Ja. Normal. Ich kann mich irgendeiner erinnern, dass es Geld gegeben hat. Das gibt es doch nicht. Oh, das ist kaputt. Du warst gepatcht. Ja! Vielleicht wurde es hineingepatcht. Ich hab nicht mehr das... Wir wollen da runter. Es gibt keinen Fallschaden. Also, beziehungsweise weiß ich nicht, aber... Es sah nicht so aus, als würde es Fallschaden geben. Ähm, mal gucken. Fürs Erste machen wir mal das Ding ja kaputt. Ganz gediegen. Easy, oder? Das ist doch relativ einfach. Tatsächlich, ja. Wie ist jetzt die Zeit? Warte, wo geht's? Ich muss da oben rein, glaube ich. Wieso geht der Aufzug eigentlich die ganze von alleine rauf und runter? Auch nicht. Strom verschwenden! Dung. Ja. War ich Leben? Nein. Woo! Woo! Oh, nein. Spiel. Danke. Oh! Was schießt ich jetzt? Oh, dabei. Oh, yes! Sind wir schon unterwegs? Das war dämlich. Angriff. Kann doch mal fest. Hörst du es nicht, wie schnell ich bin? Miau! Leute, könnt ihr mal Munition droppen, bitte? Na, dann halt nicht. Keine Munition. Zum Glück hast du eine Waffe, die immer Munition hat. Ja, wenn ihr jetzt den Schaden machen würde. Du musst dich schnell entscheiden. Immer oder Schaden. Schaden. Ja, dann kannst du sie auch leerschießen. Was, die Waffen? Ja, die, 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 unendlich. Schusswaffe. Oh! Das ist Sprengstoff. Du weißt, was Sprengstoff bedeutet? Kaboom! Kaboom! Das Meme ist aber eigentlich, yes, Rico, Kaboom! Hm? Das Meme ist aber eigentlich, yes, Rico, Kaboom! Was? Wo kenne ich das? Ähm, Ding, wo ich nur von, aus Neugasgau. Oh. Keine... Oh, ich brauche einen Muni! Rico ist doch der, der immer die, die, die Bomben verstopft hat. Oh, ja, du hast recht. Ich konnte vergessen. Wir gehen erst mal der Gast da. Kaboom! Yes, Rico, Kaboom! Das ist ein Meme. Ein Meme. Okay, bin ich auf dem Plan. Ich beschädige sie mit dem und zerstöre sie mit dem. Zumindest die. Guter Plan, guter Plan. Der Plan ist weg, gut. Was macht ihr eigentlich da? Weglaufen. Ja, aber warum? Warum nicht? Mein Leben! Ich glaube, mein Leben ist weg. Und was ist im Spiel? Was? Und was ist im Spiel? Was meinst du? Ja, wir machen das von unten nach oben. Was hältst du davon? Ich bin von oben nach unten. Ich weiß gar nicht, wo man flüchten muss. Ich bin Sprengstoff an. Fühlst du dich wie ein Geheimagent? Ja, guck, wie geheim ich bin. Wolltest du nicht? Muss ich so entspannen. Ach? Mach ich doch. Nein, du hast doch gerade kaputt wieder einzulegen. Nein, nein, hab ich. Nein, ich nicht. Was? Nein, nein, ich hab mich nur angeschossen, bis er nicht mehr richtig laufen konnte. Warte, wo muss das Ex-Pack jetzt hin? Ich glaube, das war einfach Secret hier unten. Oh, hier. Aber der Paar ist vorbei. Ciao. Ich kann es ja jetzt hier nicht beenden. Es ist spannend gerade. Na gut, na gut. Und dann ist Ex-Pack noch fertig. Schnell Glitch. Oh Gott. Äh, eins sollst du mit dem Spielen, das ist Momentum. Oh, er läuft selber weg. Wusste ich, wusste ich. Episch. Episch. Episch, ja. Guck, wie er nicht hinguckt zur Explosion. Aber er sprintet weg. Yeah. Ja, okay. Tschüss. Äh, Sklaven gerettet. Äh. Ich muss dir, glaube ich, was erzählen. Jau, 3 von 3. Yeah. So, das ist ein Siemensort. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Bis dahin. Ciao.